Ich male ein Haus und ich male einen Mann und ich male Exxon und Feuer. Ich kratze über mein Bild und das, was übrig bleibt, ist Dreck. Cola, Staub, Geschmiere, meine Augen brennen und ich reibe mir die Cola und den Dreck und das Feuer und das Haus und alles in meine Augen rein. Und jetzt kann ich nichts mehr sehen. Ich belze mich auf dem Boden. Wir hätten darüber reden können. Das hätte doch Bruno gar nicht gemerkt. Sie hätten uns ein paar Tage Horror erspart. Ich wollte aber ehrlich sein. Dann fahren Sie halt irgendwann in dieses Kap, wo Ihre Verwandten sind und da gibt es nichts. Kein Haus, keine Wohnung, nichts. Nur ein paar Ruinen und eine davon nählen sich und ziehen in ein Zimmer die ganze Familie. Vielleicht kommt der Jäger zurück und dann gibt er mich mit. Zigeunernutte, das sagen Sie. Einer hat sie angesprochen vor dem kleinen Laden, wo es Internet gibt. Ich dachte, du verstehst ihre Sprachen nicht. Ich war dabei. Er hat ihr die Cola gegeben. So was versteht man. Einer von den Polizisten hat für den Jäger in der Nacht gesagt, dass sie doch froh sein soll, dass die Jäger nach Hause kann.